ja hallo daniel ganz frisch dabei hallo du bist ja ganz letztens noch dazu gestoßen zu unserem team erzähl mal so ein bisschen was über dich ich bin dann ich bin 29 jahre alt komme aus alsdorf hier habe zwei kinder mit verheiratet ja und mache jetzt seit zweieinhalb jahren mache ich ungefähr bodybuilding und lebe auch voll danach ernährungstechnik und ja mich denn der zeit sehr stark damit beschäftigt und habe wirklich sehr hohen wissen stand sage ich mal mir angeeignet in der kurzen zeit und jetzt würde ich mal langsam versuchen auf jeden fall da professioneller an die sache ranzugehen und mal so einen wertkampf zu versuchen welcher klasse möchtest du starten also ich denke mal physik ziemlich sicher da ich sehr groß bin mit 1 96 und dass da meine beine so ein bisschen untergehen bei den anderen klassen was wiegst du momentan ich wieg jetzt 96,5 kilo das ist doch schon mal eine gute voraussetzung ja aber noch nicht ganz trocken aber du bist ja schon relativ trocken werden wir daher auch sehen du post heute auch wieder mit ja auf jeden fall gerne ja klar dann würde ich sagen sieben und später beim posing und weiterhin viel erfolgen alles klar dankeschön aber ja ja Vielen Dank.